Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich Willkommen zur täglichen Dosis Trashik. Es gibt täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal geht es um die Bachelorette und die Staffel. Ich hatte noch gar nicht drüber berichtet, ich fand auch nicht so viel berichtenswert, muss ich sagen. Nicht, weil ich die Staffel jetzt total langweilig fand, aber es war wenig Gossip da, seien wir mal ganz ehrlich. Es war jetzt kein Aufreger, da keiner der Männer hat sich jetzt ultra schlecht dort präsentiert, fand ich zumindest, wo man jetzt extra heute ein Video machen müssen und ich fand Sharon als Bachelorette zum einen super mutig, dass endlich mal RTL gesagt hat, wir nehmen jetzt nicht eine Blondine oder eine Brünette, sondern wir nehmen jetzt mal eine schwarze Frau und eine sehr attraktive Frau, ob jetzt mit oder ohne Klatze. Ich fand auch die Geschichte sehr cool in unserer oberflächlichen Welt, quasi diesen einen Makel zu haben, damit so eine gewisse Unsicherheit in sich zu tragen, aber das dann auch in der Sendung zu präsentieren und auch mal einen anderen Typ Mensch zu zeigen. Und ich fand sie da großartig in ihrer ganzen Erscheinung, da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich war wirklich begeistert und ich fand sie auch super sympathisch, die ganze Staffel. Auch wenn sie natürlich zwischenzeitlich da mit den Männern da so ein bisschen hin und her war und ich am Ende auch ein bisschen enttäuscht war von ihrer Auswahl, aber dazu später. Ja, ich werde hier auch spoilern. Achtung, also wenn euch das jetzt noch nicht interessiert, dann wartet, bis ihr das Finale gesehen habt, was ja jetzt erst ausgestrahlt wird. Aber ja, ich wollte so allgemein so ein paar Sätze mal dazu sagen, zu der Staffel. Also zum einen fand ich sie großartig, ja, auch fand ich gut, dass in unserer Oberflächlichkeit, Oberflächlichkeit, ja, in unserer oberflächlichen Welt soweit, ja, auch mal sowas aufgezeigt wird. Ja, es gibt kreisrunden Haarausfall, ja, bei Frauen oder andere Dinge, die mal passieren können im Leben. Und manche tragen das ja auch als modische, ja, Geschichte, ja. Also gibt es ja auch genug Frauen, die sagen, okay, ich möchte mir die Haare mal abmachen. Auch vollkommen in Ordnung, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jemand eine Glatze tragen kann, dann sie. Also ihr stand das wirklich. Wirklich super mutig auch gewesen, sich da auch dann zu offenbaren, wo sie am Anfang dann immer eine Perücke getragen hat und dann aber immer mutiger zu werden. Das war ein großer Schritt. Also das fand ich auf jeden Fall cool, fand ich auch cool von RTL. Und ich hatte mir eigentlich Linda gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nach dem Dschungelcamp habe ich auch gesagt, ist es wahrscheinlich besser so. Und da war ich dann auch ganz froh, dass sie dann die Sharing genommen haben im Nachhinein. Ich kann mir sie auch super als Bondgirl, ja, nebenbei bemerkt, was sie sich ja so wünscht, vorstellen. Ja, durchaus. Ich habe sie jetzt bei Köln 587 oder wie das da heißt nicht wirklich beobachtet. Das hat für mich jetzt auch nicht viel mit Schauspiel zu tun, da bin ich jetzt ganz ehrlich. Aber es gibt viele Formate, die setzen darauf, keine Skripte mehr zu verwenden, sondern eine Leitlinie, die sie den Schauspielern mitgeben. Zum Beispiel Jerks, mit Christian Ulm arbeitet so. Oder auch der Discounter, die Serie, was so ein bisschen an Stromberg auch angelehnt ist. Was, glaube ich, auch Christian Ulm so ein bisschen mitproduziert. Geht auch so in die Richtung, dass da so ein bisschen improvisiert wird von den Schauspielern und dann halt komische Situationen kreiert werden, die sonst so im Drehbuch meist nicht so leicht darstellbar sind. Ja, wenn man das alles vorschreibt mit den Gags. Da muss man ja auch drauf haben. Also da scheitern ja viele Sitcoms auch dran, dann wirklich auch mal was Lustiges zu machen. Und nur zu viel dazu, dass es durchaus jetzt auch im Fernsehen solche Formate gibt, die erfolgreich sind und die nicht Berlin- und Tag-und-Nacht-Niveau haben. Aber weg davon, auf jeden Fall jetzt wieder zurück zur Bachelorette. Ich fand sie klasse. Ich fand, es gab jetzt wenig Berichtenswertes, wo man jetzt sagen konnte, okay, man hätte natürlich die Oberflächlichkeit unserer Welt aufzeigen können, indem man mal zeigt, ey, endlich mal dieser mutige Schritt von der Sharon. Aber man muss ja auch mal ein bisschen, wir sind ja hier auf dem Meinungsblog-Kanal, auch ein bisschen meckern. Also mit der Männerwahl, da war ich am Ende natürlich nicht so zufrieden. Am Ende muss sie natürlich glücklich sein und ich wünsche ihr da auch nur das Beste. Ich spoiler jetzt, Achtung, der Jan ist es geworden. Und ich hätte mir sehr den Lukas gewünscht. Warum? Lukas war der Erste, den sie quasi ihre Glatze gezeigt hat und der super reagiert hat. Da hätte man ja auch total geschockt sein können. Man muss aber auch sagen, alle haben super reagiert. Niemand hat dann da mit offenem Mund ewig rumgestanden und mit dem Finger drauf gezeigt oder irgendwie sich total zum Affen gemacht. Gott sei Dank. Ich hätte mich nicht gewundert, wäre das jetzt passiert. Ich hätte mich auch nicht gewundert, hätte irgendjemand gesagt, nee, das ist jetzt nicht mein Typ, ich gehe jetzt. Aber man muss wirklich sagen, bei der Staffel war jetzt keiner der Typen dabei, die jetzt ultra tragisch waren im Nachhinein. Also klar gab es da Leute, die waren sympathischer oder unsympathischer. Aber es war jetzt nicht so, dass es da einen riesigen Krawall gab. Klar, die eine Folge, wo die Männer dann ein bisschen aneinander geraten sind, aber die hatten sich dann auch relativ schnell vertragen. Und komischerweise war, wo war da eigentlich Sharon in dem Moment? Ich war irgendwie für eine Stunde, war ja Nacht der Rose, die war einfach weg und die haben sich da in den Haaren gehabt. Also irgendwie komisch gewesen, die Folge. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Ansonsten kam es dann, wie es kam, musste Jan gegen Lukas. Jan war auch, muss man sagen, die ganze Zeit, glaube ich, ihr Favorit. Sie hat ja mehrfach mit dem auch rumgemacht. In der Nacht der Rosen, was ja immer so ein No-Go ist, wo die jetzt aber mutiger werden bei der Bachelorette. Also wenn die sich jetzt Princess Charming und Prinz Charming angucken würden, dann würde das komplett anders aussehen. Da machen die dann miteinander rum. Teilweise treibt bei der Nacht der Rosen, das ist ja mal eine Kette oder irgendwas anderes. Oder bei Prinz Charming ist das, glaube ich, eine Krawatte, genau. Das ist aber auch so quasi wie die Nacht der Rosen, weil da machen die teilweise mit mehreren Leuten rum. Da regt sich auch keiner drüber auf. Das ist dann vollkommen normal. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt zu dieser Art der Show dann im Skript steht, weil ich das schon sehr auffällig fand, wie gezielt das auch mal ist. Ja, komm mal hier mit in den Nebenraum und dann machen wir mal rum. Das ist ja zum Beispiel bei der Bachelorette dann viel öffentlicher. Und die müssen sich dann irgendwo hinsetzen in Separé und machen dann da quasi ihre Nummer draus. Und ja, da wird bei der Bachelorette und beim Bachelor immer so ein bisschen drüber gemeckert. Warum dann nicht bei den anderen Formaten? Ja, muss man auch mal ganz offen sagen. Also ich finde es unterhaltsam. Also meinetwegen könnten die das viel mehr machen. Ich finde auch bei der Bachelorette und beim Bachelor würde ich das spannend finden, wenn bei der Nacht der Rosen, könnte man auch eine viel längere Folge draußen machen, auch mal solche Situationen inszeniert. Also nicht, dass die das jetzt absprechen, aber dass es irgendwie möglich ist, auch mal eine Nacht mehr miteinander zu verbringen oder keine Ahnung. Also ich verstehe nicht, warum das immer so wenig... Man muss sich auch irgendwie ein bisschen kennenlernen, auch wenn die nur miteinander reden. Diese Übernachtungsdates finde ich persönlich spannender als jetzt diese kurzen Einzeldates. Oder ich finde es auch sehr spannend, wenn es möglich ist, dass die Leute dann halt auch mal das Zimmer zeigen können und der Bachelorette quasi dann auch dort mal näher kommen. Und dann daraus vielleicht auch stumpf unter den Männern ist. Das ist dann viel spannender, finde ich. Also ist ja bei Princess Charming und Prince Charming, werde ich auch noch mal ein Video zu machen, habe ich mir auch alles angesehen, auch noch mal ein paar Worte zu sagen, wie unterschiedlich die Formate sind. Und ja, das soll es dann aber auch schon gewesen sein, wie gesagt, ich hätte mir Lukas sehr gewünscht, weil er war irgendwie der Rosenkavalier, war der Erste, der sie mit Glatze gesehen hat, die hatten irgendwie auch gut geweibt. Sie hat für beide Gefühle gehabt, hat sich für Jan entschieden, wünscht denen alles Gute. Aber ich denke, Lukas und sie hätten irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie hätte ich das mehr gefühlt. Das soll es dann aber auch gewesen sein, ein kleines Talk-Video. Wie gesagt, ich habe da gar nicht viel zu kritisieren, weil es nicht zu kritisieren großartig gab. Muss man auch mal ein Video machen, ja. Das ist jetzt ein bisschen positiver, ihr wollt ja auch mal positive Videos haben. Schreibt ihr mal rein und sagt auch mal was Nettes. Das war jetzt, glaube ich, zu 90, 95 Prozent nett. Ja, ich konnte jetzt ihre Entscheidung nicht zu 100 Prozent nachvollziehen, aber er, wie gesagt, der Jan war auch einer oder der Einzige, der mehrfach mit ihr da auch mal rumgeknutscht hat, währenddessen die anderen da ihr Bierchen getrunken haben. War auch nicht ganz nett, aber bei Princess Charming und Prince Charming ist es gang und gäbe, ja, da beschwert sich auch niemand. Ob man sich dann aber so öffnen könnte, weiß ich nicht. Aber gut, das soll es dann für heute gewesen sein. Bleibt am Ball für mehr. Und wenn euch auch das Thema Bachelet oder, ja, die ganzen anderen Formate interessiert, dann schreibt das auch gerne mal unter die Videos rein. Vielleicht kommt das auch ein bisschen häufiger, aber wie gesagt, wenn die Videos untergehen, dann mache ich das als zusätzlichen Upload und dann ist das halt nicht ganz so auf Thema. Ihr entscheidet, was öfters kommt. Bis dann und ciao, ciao.